Lege dich auf eine Matte, eine dicke Decke oder auf das Bett. Wenn dir das Liegen aber nicht möglich oder nicht bequem ist, kannst du auch eine andere Haltung wählen. Die körperliche Haltung ist nicht so entscheidend, sondern eher das Kultivieren einer inneren Haltung von Wachheit und gleichzeitig Freundlichkeit dir selbst gegenüber. Es gibt jetzt nichts mehr zu tun und nichts zu erreichen. Erlaube dir, ganz einfach nur hier zu sein. Nun richte deine Aufmerksamkeit allmählich auf die Tatsache, dass du atmest. Versuche dabei nicht, deinen Atem irgendwie zu beeinflussen, sondern nehme einfach nur wahr, wie der Atem in deinen Körper hineinströmt und aus dem Körper wieder herausströmt. Richte deine Aufmerksamkeit dabei besonders auf deine Empfindung an der Bauchdecke. Beobachte, wie der einströmende Atem die Bauchdecke sanft ausdehnt und wie die Bauchdecke sich mit dem ausströmenden Atem wieder sanft senkt. Einfach nur die Empfindungen, die durch die rhythmischen Bewegungen des Bauches mit jedem Atemzug entstehen, betrachten. Das Heben und Ausdehnen der Bauchdecke beim Einatmen und das Zurücksenken der Bauchdecke beim Ausatmen. Spüre nun auch den Kontakt des Körpers mit dem Boden und lasse dein Körpergewicht mit jeder kommenden Ausatmung etwas tiefer in den Boden sinken. Gebe mit jeder Ausatmung der Schwerkraft etwas mehr nach und lasse den Körper immer tiefer in den Boden sinken. Wandere nun ganz achtsam und wertfrei durch alle Körperbereiche, ohne dabei länger zu verweilen. Wir fangen an mit den Zehen. Richte deine Aufmerksamkeit auf deine Zehen. Dann auf deine Füße. Die Unterschenkel einfach nur wahrnehmen, ohne zu bewerten. Deine Knie und nehme nun deine Oberschenkel wahr. Selbst wenn du jetzt irgendwo Schmerzen empfindest oder ein Unwohlsein, nimm es einfach nur hin und bleib bei deiner Aufmerksamkeit in dem entsprechenden Körperteil. Jetzt wandert die Konzentration zu deinem Becken und weiter zum Gesäß. Nehme nun deinen Rücken wahr. Einfach nur spüren, wie der Rücken auf der Unterlage aufliegt. Gehe nun mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Bauch und komme jetzt zum Brustkorb. und wandere weiter zum Nacken und weiter zum Hinterkopf. Richte jetzt deine Aufmerksamkeit auf dein Gesicht. Wir fangen an mit der Stirn, den Augen, der Nase, den Wangen, Ohren, und Lippen, Mund und Lippen. Von dort geht die Aufmerksamkeit zu deiner Kehle. Einfach nur spüren. Wandere jetzt mit deiner Aufmerksamkeit zu den Armen und den Händen und jedem einzelnen Finger. Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger und der kleine Finger. Nehme deinen Körper im Gesamten noch einmal wahr. Und wenn du wieder so weit bist, erlaube dir, ganz einfach nur hier zu sein. Und wenn du wieder so weit bist, erlaube dir, ganz einfach nur hier zu sein.